Willkommen zurück. Weiter geht's. Mit Intex 2. Durch die Achtziger. Es ist so schön. Sieht schön aus, oder? Ja. Das war aber alle rosa. Oh, das ist ein DJ. Okay, baby. Groove it. Come on, Glow Sticks. Dance with me. What are you doing? Where are you going? Come on, Glow Sticks. Hey, Cody, May. Play some music. Make them dance. Maybe they will if you leave the dance floor. Yeah, dude. Seriously, I think you're scaring them. No way, baby. I'm killing it. Can't you see my hip gyrations? Oh, please stop. Oh, please, no. Oh, my God. My moves are so good. Look at this. Right, left, right, left. But to make the audience dance, you need to play the music. Get the audience on the floor. Let's DJ, baby. Oh, das ist meine Aufgabe. Ah, nee. Wir müssen einfach die Aufgaben nach und nach machen hier. We're actually doing well, May. The crown is coming back. Yes. Let's keep this up. Oh, no. Ach, we're sorry. Alter, wir tanzen hier rum. You like it? Yeah. 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 Woo-hoo. Yeah. Nice. Nice. Mm-hmm. 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 Oh, shit. Woo-hoo. Woo-hoo. Ow. Ooh, die Leistung ist bald voll. DJ Cody und MC Mae. D seriousness mate, Ja. Oh, shit. Yeah. Hoo, hoo. Woo. Woo. Ah-ha. Hah. Can you feel it? Yeah. Ah. Yeah. Hu. Hi. Er saugt einfach die Gäste ab. Wer saugt die Gäste ab? Na er! Nein! Ich bin aber auch rausgeflogen. Nein! Stand da der andere Spieler hat die Sitzung verlassen. Ja. Bindung zu EA-Server nicht möglich. Ich habe das, was du gerade heute schon hattest. Okay. Okay, wir gehen einfach mal wieder rein ins Spiel, YouTube. Ja, du musst mich neu anladen. Ja. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Ja. Hallo, YouTube. Wir sind zurück. Wir dürfen das nochmal machen. Ich glaube, wir waren fast fertig. Ja. Da kamen die Cutscene. Gut, aber das war ganz süß. Jetzt machen wir das halt nochmal. Ja. Wir wissen ja jetzt, was wir machen müssen. Ja. Ich finde es auch cool, dass wir uns aufgeteilt haben. Du machst links und ich mach rechts. Gut, Leute. Ich muss sagen, ich kann hier nicht gucken, wie die danzen. Ich muss mich so konzentrieren. Ich kann auch nicht reden. Ich freue mich darauf, das bei YouTube zu gucken. Wie wir hier abdancen. Oder wie die Tanzfläche sich füllt. Ich kann auch nicht reden. Richtige DJs. Oh. Der Braun. Geht bei mir auch gerade kurz der Ton weg. Okay, bei mir ist alles gut. Ey, Server bitte nicht wieder abschmieren. Yo. Aber komm, wer geht's später? Das hat Spaß gemacht. Ja, okay, A, spring. Uh, I think we're inside the audio cable. Oh, whatever at this point. Wait, what are we riding on? It's a hoverboard. No way, I always wanted one of these things. Hier werden wirklich alle Sinne irgendwie veransprucht in diesem Spiel. Räumliches Denken. Dieses Spiel hat aber auch einen riesigen Wiederspielwert, ne? Mindestens zweimal muss man's spielen. Au. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man das mal so in die Jährchen oder so liegen lässt, dass man das dann wieder spielen kann. weil du merkst dir das nicht alles, was da abgeht. Nee. Ich muss sagen, ich war mit Abstand der beste DJ. Ja. Hast du gut gemacht. Mein neues Hobby. Das ändert mich an den Windows-Media-Player. Ja, stimmt. Oh, die Controller. Ah. Ah, die Gäste. Ich muss aber sagen, ich hab jetzt leicht schwitzige Hände. Oh Gott. Es geht. Yeah, look at that audience. They're excited. Yeah, so am I. Are you ready for your performance, May? Uh, um, uh, are we still missing something? No, we got everything we need. It's showtime, baby. Woo! Du machst das super, May. Alles wird gut. Das wird jetzt super. You hear that, May? You hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just, uh, just think of them all in their underwear. Yes, that would make you relax. Got it. Let's go prep the stage. Okay, Buck. Hey, May. Break a leg. I can't do this. I can't do it. May, it doesn't have to be perfect, you know. Oh, yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. No, just seeing from your heart. You weren't born to be perfect. You were born to be you. Weise Wotter hat er recht, ne? Ja. Ja. Musst du jetzt zugucken? Ja. Okay. Du warst gerade recht irritiert, hä? Boah, das hat irgendwas von... Finale. Ja, ne? Sing from the heart. Wie groß sie auf einmal aussieht aus der Perspektive. Ja. Jetzt musst du zugucken. Hab was süß gemacht. Oh, wie krass das aussieht, ne? Und das ist nur ein Dachboden mit Büchern und eine Plattenspiele. Aber gut. Oh, wie hübsch das einfach ist. Ja. 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 Guck mal, klassische Kindergeschichten. Ja. Da ist das Orchester. Was immer noch gruselig ist, weil es keinen Kopf hat. Was geht los? Ich bin ein bisschen mit nervös. Ich auch. Ich hab Angst, dass sie bekommen. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe auch. Für sie und für ihre Seele, für ihren Kopf. Oh. Ich hoffe, es wird gut. Das ist ein Riesen-Couch, oder? Ich hab eine schöne Farbe. Ich hab deine Lieblings-Song gefunden. Du kannst es hören, wenn du besser fühlst. Ich liebe dich, Mom. Euch tut mir so leid, die Kleine. Du kannst es machen, May. Ich weiß, du kannst. Ich wünsche dir mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.